Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Brothers Camp 2-Personen-Dachzelt Easy360. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieses Autodachzelt für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Dachzelt werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, so ein Dachzelt ist definitiv praktisch für Menschen, die eben gerne mit dem Auto in das Campingabenteuer fahren und dann auch auf dem Auto nächtigen möchten. Also ein bisschen höher. Die große Höhe ist da wirklich einer der entscheidenden Vorteile, weil ansonsten könntest du ja auch ein Zelt einfach irgendwo hin aufbauen. Was ist der Vorteil davon? Ganz klar, idealerweise weniger der Bodenkrabbler werden in deine Reichweite kommen. Du brauchst aber auch das richtige Auto dafür, ganz klar. Und ganz günstig ist die Angelegenheit jetzt auch nicht. Da gibt es sicherlich auch günstigere Zelte auf dem Markt, aber so ein Autodachzelt bietet eben ein ganz besonderes Camping-Feeling. Also kannst du idealerweise selbst überlegen, ist das was für dich oder nicht. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Ideal beim Angeln, Campen, Wandern, Sport, Trekking, auf Reisen, Urlaub, Strand, Bergen, See, Meer, zum Übernachten beim Festival sogar, Schutz vor Regen und Hitze in der Natur, für den nächsten Ausflug zum Campingplatz oder für das nächste Abenteuer. An fast allen Fahrzeugen zu montieren, kraftvolle Befestigung aus 4mm dicken Edelstahl. Dank innovativen Scherenmechanismus ist die Öffnung und Schließung rasch und kinderleicht, auch für Anfänger. Sie sparen sich klassische Zeltaufbauarbeit. Das ist schon mal ein cooler Vorteil. Abwaschbare Matratze mit 52mm Dicke bietet einen erholsamen Schlaf. Isolationsmatten, 25mm unter der Matratze, Leistenschutz vor Kälte und verhindern die Bildung von Kondenswasser. So, diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Die leichte Teleskopleiter und das Moskito-Netz wären hier zum Beispiel auch noch zu nennen. Meine Einschätzung nach ein faires Angebot für ein Dachzelt. Ob es für dich das passende Angebot ist, kannst du allein am besten beurteilen. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zum Dachzelt aus dem Hause Brothers Camp. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit, alles Gute und einen schönen Campingurlaub. Ciao. Bis zum nächsten Mal.